Herzlich Willkommen hier beim Wheel of MMA Podcast. Ali Abdelaziz, der Manager von Khabib und Usman, war bei Mike Tysons Podcast zu Gast und sprach über Khabib gegen GSP, GSP gegen Usman und mehr. Viel Spaß bei dieser Episode. Lasst aber vorab gerne noch einen Daumen nach oben da, falls ihr das bei YouTube hört oder eine Bewertung bei iTunes oder ein Follow bei Spotify. Ihr kennt das Ganze ja bereits. Also, Ali Abdelaziz, der Manager von Khabib Novogomedov, Kamaru Usman und vielen, vielen mehr, war bei Mike Tyson zu Gast und sprach über diese Gerüchteküche, die es da immer wieder gab und sagte, ja, vor einer Woche hat Dana White uns angerufen. Vor einer Woche hat Dana gesagt, hey, hör mal, GSP hat mich angerufen, GSP will den Kampf bei 165 Pfund. Also den Kampf zwischen GSP und Khabib. GSP gegen Khabib hätte es schon lange geben sollen. Ali Abdelaziz sagt, seit vier, fünf Jahren warten wir auf GSP, dass er diesen Kampf will. Jetzt will er ihn. 165 Pfund ist eine sehr interessante Gewichtsklasse, einfach weil es bei der UFC diese Gewichtsklasse noch nicht gibt. Das wäre der Sprung zwischen dem Lightweight und dem Welterweight. Der liegt aktuell bei 15 Pfund. Also 155 Pfund ist das Lightweight, 170 Pfund ist das Welterweight. Und nun plant man eben dazwischen 165 Pfund Superlightweight. Also offiziell würde das dann Superlightweight heißen. Dort wollte man Khabib gegen GSP non-Title fight, also nicht um einen Gürtel. Aber scheinbar soll es jetzt nicht dazu kommen. Ali Abdelaziz selber sagt, hey, Khabib ist zurückgetreten, aber wie wäre es denn, wenn wir Usman gegen GSP buchen? Vor allem, weil das GSP's natürliche Gewichtsklasse ist. Also das Welterweight ist GSP's natürliche Gewichtsklasse. Nicht das Mittelgewicht, wie in Saint-Pierre seinem letzten Fight, sondern das Welterweight, so wie wir ihn eben kennen. So war er früher immer im Welterweight. Und Ali Abdelaziz sagte aber jedoch auch, hey, ich kann mir aber vorstellen, dass GSP diesen Kampf nicht will, weil er gesehen hat, was Usman mit Mars Vidal gemacht hat. GSP will nicht genauso böse ausgenockt werden, wie ein Mars Vidal ausgenockt worden ist und deshalb meidet er diesen Kampf. Ja gut, also es ist im Endeffekt auch so ein bisschen Hype generieren, so ein bisschen GSP provozieren, damit er sagt, hey, wer hat hier Angst, ich komme zurück und so weiter. Aber prinzipiell würde ich das für eine sehr spannende Sache halten. Ich denke, dass GSP einfach zu alt ist mittlerweile. Er ist 40 geworden und hat in den letzten sieben, acht Jahren nur ein, zwei Kämpfe. Also, nee, in den letzten sieben Jahren dürfte es, glaube ich, ein Kampf gewesen sein. Er kam 2017 nochmal zurück, aber ich glaube, 2014 hatte er seinen letzten Fight und das war eigentlich auch schon so ein ganz knapper Sieg. Also, Georges St-Pierre, sein letzter Fight vor seinem Comeback 2017, da hatte er diesen Kampf eigentlich verloren. Er hat ihn gewonnen, aber Dana White sagt auf der Post-Fight-Pressekonferenz, hey, ich weiß nicht, warum die Judges so inkompetent sind, wie kann es sein, dass GSP diesen Sieg bekommen hat und so weiter und so fort. Also, Dana White ist richtig abgegangen, war richtig sauer darauf, dass GSP diesen Fight gewonnen hat. Nichtsdestotrotz ist er damals damit zurückgetreten, alle waren glücklich und nun soll es scheinbar so sein, dass GSP zurückkommen will, nachdem Oscar de la Hoya gegen ihn boxen wollte. Spannende Thematik. Sehen wir jetzt GSP gegen Usman. Ich kann mir vorstellen, dass die UFC diesen Kampf buchen würde. Ich denke aber, Usman würde diesen Kampf gewinnen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass GSP mit 40 gegen einen fitten, aktiven Usman mithalten kann. Aber was denkt ihr? Lege ich falsch oder lege ich richtig? Schreibt eure Meinung unten rein, folgt Wheel of MMA bei Instagram und damit bis zum nächsten Mal.